Dann wird sie Kaya nie mehr anschauen. Wirklich? Natürlich. Mädchen stehen auf Helden. Also, Tarzan, nimm das mit, zünde es an, rette das Mädel und sie gehört dir. Der Petkovic ist echt süß. Und er kann so gut erzählen. Hast du nicht Kaya? Kannst du mir mal eine Karotte geben? Doch, klar. Aber Luca sieht nun mal total gut aus für so einen alten Typen. Hey, meint ihr, der hat eine Freundin? Warum? Hast du irgendwelche Pläne? Von mir ist keiner ruhig eine haben. Ich bin so glücklich, dass Kaya und ich wieder zusammen sind. Kaya hat doch bald Geburtstag, oder? Ich würde gerne eine kleine Party für ihn machen. Toll. Schön. Eine Motto-Party. Ich hab eine Idee. Der Petkovic hat doch über Ägypten geredet. Machen wir eine Ägypten-Party? Nein, find ich nicht so gut. Eine Gala-Party? Nein, das ist altmodisch. Wir müssen irgendwas machen, wo ich ihn überraschen kann. Eine Überraschungsparty? Ja, das ist eine Tally-Idee. Wow, wow, wow. Hab ich was von einer Party gehört? Ich bin doch sicher auch eingeladen, oder? Hallo, Felix. Dieser K.O.-Mot. Hey Daniel, du magst doch Bücher in den Rätsel gelöst werden. Das Buch mit dem Code. Der Da Vinci-Code? Ja, genau. Ja, das Buch war ganz gut, aber einige Rätsel waren auch echt bescheuert. Konntest du das lösen? Ja, ein paar, aber in dem Buch war... Weißt du dann vielleicht, was das hier heißt? Wo hast du den her? Der ist doch nicht von dir, oder? Dillian? Dillian? Dillian?